Oh, es geht schon weiter. Hallöchen. Ja, herzlich willkommen zurück. Bin ich gerade ein bisschen abgegangen. Nächster Track, Ander Archivas. Neues Album ist raus, The Renaissance. Sehr geiles Teil. Gibt es auch gleich einen Track daraus, St. Paul. Aber vorher hören wir noch von den anderen Archivers, The Mardi. Wirklich einer meiner absoluten Lieblings-Tracks, den ich euch präsentieren will. Das neue Album natürlich auch Bombe. Könnt ihr euch unbedingt auch reinziehen. Nur zu empfehlen. Checkt das aus.